Der US-Bundesstaat Kalifornien ist binnen zwei Tagen von zwei schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Jüngste gestern Abend erreichte nach Angaben der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,1 und war damit das Heftigste seit 20 Jahren. Rund um das Epizentrum nahe der Kleinstadt Ridgecrest gab es Sachschäden und Brände. Schwerverletzte oder Tote wurden nicht gemeldet. Seismologen warnen seit Längerem vor einem schweren Erdbeben in Kalifornien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017